Ich komm hier raus. Scheiße. Hallo? Ah, hier. Ah, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Hallo? Sonst irgendwas Schönes hier? Ja, mein Tod. Mein Tod, mein Tod, mein Tod. Leute, ich glaub, wir bräuchten hier auf der Seite ein bisschen Unterstützung. Ja, ich hab's gesagt. Aufpassen. Ihr habt ja nicht auf mich gehört. Und wer nicht hören will, muss fühlen. So. Der Medic kann ja seinen Kumpan da nicht wiederbeleben. Der hat das scheinbar verleert. Weil... Oh. Mann. Oh, dieses. Ich geh jetzt als Mixeln. Jetzt geh ich als Mixeln. Max. Als Max. Aber mit der Autorüstung. Ach so. Autoreparaturrüstung. Auf geht's, Mädels. In den Kampf. Jetzt komm, ey. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Mal Papa ran hier. Dein Job bist zu dick. Mal Papa ran. Oh ja, ich glaub, ich hab meinen Mix wieder geopfert. Mal wieder. Sprinten. Ja. Sprinten. 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 Danke, ob ich hier... Gesicht am Speck. Mal los. Ich will hoch. Ich will hier hoch. So, jetzt bin ich oben. Und jetzt geht's mit... Oh, Madness Pace rein, Alter. Oh, Max gegen Max, ne? Ja, wecker. Was? Jetzt brauche ich aber noch ein bisschen... Ammo. Ne, Ammo weiß ich nicht, aber Munition. Äh, Reparatur. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Warum mich jemand wiederbeleben, bitte? Kann mich jemand wiederbeleben? Irgendwie Medic da rum oder so? Ach, na los, Leute. Ich hab doch grad nur so ne schöne Max geopfert. Boah, das ist doch kacke. Kann mich echt niemand wiederbeleben? Ach, Mann. Oh, Mendo. Wie kostet ne Max? 450, Alter. Voll überteuert, Alter. Ich geh zu Aldi. Das ist billiger. Ja, Leute. Von hierhin werdet ihr aber keinen Kampf binden. Nur so zur Info. Du müsst schon hier vorgehen. Vorne ist der Käppung, ne? Und jetzt bin ich wieder tot. Ey, ich... Oh, Mann, ey. Ich geh immer sterben, weil einfach niemand von den Würstchen mit von vorne geht, ne? Da rechts steht oder da stand ein Sandra. Den kann man einfach kaputt schießen mit dem Raketenwerfer. Oh, nö. Da stehen so viele Warn. Naja. Naja. Schrotflinte? Leichter Einheit? Nö. Sanitator. 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 Warte, ne? Da war's viel. Lensandra. Ne, dann die Bulldo. Na komm her, na komm her. Ja, jetzt ist aber die volle Dröhnung, ey. Das ist die volle Dröhnung, halt doch, ja. Das ist echt, ey. Nachladen. Also das Nachladen hätten sie echt schneller machen können hier. Wo ist denn der Lightning? Ja, der verwehrt mich. Ich schieße hier ein bisschen rum. Wenn ich treffe, wäre es ein bisschen besser, aber... Sieht ja nicht so, ah... Okay. So, jetzt geh ich sterben. Bis. Geil. Wie konnte ich denn wiederbelebt werden, alter? Das ist ja geil. Alter, ich ja Hammer, ey. Da stirbt mal im... Sandra. Und scheinbar ist da eine Wiederbelebungsgranate gewesen. Und ist dann explodiert, als ich dann scheinbar dort gestorben bin. Dann bin ich halt wiederbelebt worden. Also, no, konnte ich mich wiederbeleben. Das ist natürlich auch was ganz Schönes. Gut zu wissen. Öfter mal was Neues. Hö, hö. So, jetzt gehen wir aber mal zu A, würde ich mal sagen, Leute. Na, da stehen wir aber auch schon im Max von den Banu. Nur böse Sachen hier, ey. Oh, 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 oh. Ich schieße die Max ab. Erstmal den Medic. Jeder Medic, der weg ist, kann nicht mehr Leute wiederbeleben. Das müsst ihr euch merken. Das müsste eigentlich immer euer Primärziel sein, wenn ihr taktisch spielen solltet. Ähm, das feindliche Medics ausschalten. Jeder feindliche, weniger feindliche Medic, der tot ist, kann niemanden mehr wiederbeleben. Jeder, der nicht wiederbelebt werden kann, ist tot. Muss neu laufen, muss neu spawnen, wie auch immer. Na, und jetzt ist genau das passiert. Ähm, oh, nächste Operation ist jetzt. Ähm, jetzt ist genau das passiert, was ich vorhin gesagt hab, dass wir die hier schon dann verteilt. Dass wir hier die raushauen müssten, bevor die... Also, bevor die dann wieder kommen, aber... Dem war dann wohl nicht so. Das ist aber nicht der... Da war noch auf jeden Fall einer. Ich meine, da wäre noch einer gewesen. Einer, der eine andere Waffe hat. Ey, da waren doch gerade so viele Terraner. Wo sind die denn alle hin? Alter, ey. Sind die jetzt alle auf Emmerish, oder was? Wegen dem scheiß Alarm. Äh, äh... Lauf weiter. Nein, hab ich gesehen. Mann! Esch, ey. Ich klop, ich bin's nicht. Komm jetzt nur noch der ein oder andere Terraner, um vielleicht so ein paar Leute abzuknallen oder so. So, ein, zwei Leute zum Abknallen. Sieht's auf Emmerish aus. Hm, wie sieht's denn auf Emmerish aus? Oh. Richtig beschissen, würde ich mal sagen. No, das würde ich einfach mal so sagen, dass es einfach richtig beschissen aussieht. Ah, hier kommen wir noch nicht mal aus unseren eigenen Spawn. Auch sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, das ist noch viel schöner, wie gut ich einfach zielen kann heute. Das ist noch nieма sozusagen sehr schön. Wo, 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 wo. Was hat man denn da schönes? Ganz viele Yeaheschno. Ganz viele Yeahes, ne. Ja, über ein feindliches Platon hier. Und dann laden wir schnell nach. Und dann... Versuchen wir da nochmal runter zu schießen. Das sind so viele Gegner, die man alle abknallt könnte. In der Theorie. Nur in der Praxis ist dann das alles doch ein bisschen anders da. Ja, holy roly, stu, irgendwas auch gar nicht. Was hat der denn für einen Namen gehabt? Oh oh, Granat. Na komm. Ja, Wiederbelebungsgranate. Ich sehe nichts mehr. Bin tot. Oh man, was ist denn das so alt hier, ey? Ey, aber das ist auch... Nichts ist mit den Terranern los. Das ist echt weg. Da oben ist es verloren. Das ist das verloren. Solange kein anderes Team hier da ist. Aber es ist auch bevölkerungstechnisch hier auf dem... Auf heute nicht sehr viel eigentlich. Also wie sind die Minderzahl? Die Terraner. Und vielleicht können wir hier noch ein paar Leute killen. Hier ist nämlich noch nicht so viel gegen wer. Und das ist eigentlich auch immer ganz angenehm schön, wenn so zwei Squadgröße gegen eine Squadgröße ist. Das finde ich immer ganz cool. Wenn man dann nämlich wirklich... Da kann man dann richtig was reißen. Da sieht man da auch wirklich, ob man... Was gute Spieler ausmachen. Und das nicht nur Anzahl der Truppen... ...einen Sieg gewinnen. Wow. Ist der jetzt runtergesprungen, der Penner? Arschgeige. Ey, ey, ey. Ganz ruhig. Ich bin's, Mann. Ich bin dein Freund. Dein Freund und Helfer. Da kann ich nicht drüber gucken. Aber hier. Oh, oh. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ähm. Ja, da kommen jetzt noch ein paar Mix. Eine Max ist vielleicht tot. Reanimation. Die ist tot. Das ist... Sehr schön. Schön, chain, chain. Die ist auch tot. Ei, das war's dann wohl auch schon. Schätze ich mal. Hm, okay. Jo, die Vanus sind dann hier weg. Die sind dann entweder haben sich dort angeschlossen oder sind hierher. Für die letzten paar Minütchen werde ich jetzt aber nicht auf Emmerich gehen. Sofortaktion verliegen. Matsch. Matsch, 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 wenn ich mal so sagen darf. Puff, puff, puff. So. Und wir gehen mal... Da hin. Ach, komm, komm, komm. Jetzt hier. Letzte Minute dort. Wir reißen das jetzt, Leute. 60 versus 70 Prozent. 60 versus 40 Prozent. Und wir reißen das. Es ist easy, Alter, easy. GG, easy, sagt mich dann nur, easy. Hallo? 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 Hier ist echt gar keiner. Ding. Sanitäter hier. Hä? Okay. Oh. Toll. Sau geil. Echt. Echt. Das ist einfach saugeil. Drei Leute stehen hier und ich... ...komme einfach nur um die Ecke zufällig. Und er gibt mir echt direkt mal in Wunschschutz her. Sorry. Oh, hallo. Ne, ich brauch mein Schild. Ohne Schild brauch ich gar nicht reinzugehen. Einmal, zweimal. Das Willkommenskurs haben sie auch uns schon geschickt. Nennt sich auch Splittergranate. Das ist ein sehr freundliches Ding. Oh, wow, wow. Den wollte ich gerade mit der Halbstole gewinnen. Hier stellen wir uns mal hin. Hier haben wir ein bisschen Deckung. Oh, jetzt können wir sterben. Links war ein Spion. Zwei vorne. Wow, ernsthaft. Ey, das gibt es doch nicht. Wie viele Sniper rennen hier rum? Wie viele Spione? Aber Leute, wir werden jetzt hier einfach mal die Aufnahme abbrechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage dann mal, danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like aufs Video. Gebt ein Lasten, Abo da, um noch mehr Videos zu sehen. Und dann sage ich einfach mal, teilt uns auf Twitter, auf Facebook und auf anderen sozialen Netzwerken. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.